Hey Leute, was geht? Willkommen auf der Adventure Lobby von dem Bergwerk Labs.de Server. Und zwar gibt es hier 42 Sequels. Ihr seht ja schon, ich habe 21 und die 21 Sequels werde ich euch in diesem Video mit den entsprechenden Koordinaten zeigen. Denn würde ich sagen, wollen wir nicht lange labern, geht es denn jetzt auch schon los. Viel Spaß! Das war's. 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 Das war's.